Mein eigenes Forum Teil 6 Bordverschönerung Styles & Mods Bisher haben Sie sich im Hintergrund aufgehalten und noch nichts vom Forum selber mitbekommen. Nun, so sieht es aus. Sie sehen oben den von Ihnen eingegebenen Titel, die eingerichteten Foren und Kategorien und so weiter. Sie sehen auch einen Beispielbeitrag. Der luftige Aufbau des Standard-Styles mag aber nicht jedem gefallen und so wäre es angebracht, einen anderen Style herunterzuladen und zu installieren. Ihr Bord könnte zum Beispiel so aussehen. Styles können Sie von den verschiedenen Seiten herunterladen, unter anderem von prpbb.de. Anstelle dieser Seite öffnen Sie jedoch www.prpbb3styles.net. Um auf dieser Seite zu den Styles zu gelangen, klicken Sie auf den Menüpunkt Styles Database. Die zur Verfügung stehenden Styles werden alphabetisch gelistet, Sie können die Sortierung jedoch beliebig umstellen. Suchen Sie sich über die kleinen Vorschaubildchen einen Style aus und klicken Sie für nähere Informationen darauf. Ihnen werden Informationen zu dem Style angezeigt, etwa der Autor, die Version und, besonders wichtig, die verfügbaren Sprachen. Keine Sorge, auch ein rein englischsprachiger Style funktioniert in einem deutschsprachigen Forum. Allerdings sind alle mit Bildern angezeigten Schaltflächen auf Englisch. Um einen besseren Blick auf das Aussehen der Styles werfen zu können, klicken Sie auf Styles Demo. Ein Vorschauforum baut sich auf. Sie können in diesem ganz normal navigieren, um den Style zu betrachten. Achten Sie vor allem auch auf das Aussehen der Beiträge. Haben Sie sich für einen Style entschieden, klicken Sie über Styles Demo auf Download. Anschließend speichern Sie den Style an beliebiger Stelle auf Ihrer Festplatte. Öffnen Sie den Download-Ordner. Den heruntergeladenen Style extrahieren Sie nun ebenso, wie Sie das Board extrahiert haben. Klicken Sie doppelt auf Ihren Style und wählen Sie Image Set, EN und darin ein beliebiges Bild. Wie Sie sehen, enthält es englischen Text. Um diesen Text zu übersetzen, also statt Forward weiter anzuzeigen, müssen Sie ein Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop oder GIMP bemühen. Zum Upload des Styles benötigen Sie erneut FileZilla. Öffnen Sie den Ordner, in dem sich die neuen Styles befinden. Anschließend suchen Sie im hochgeladenen Board das Verzeichnis Styles. Ziehen Sie alle neuen Styles in das geöffnete Verzeichnis. Der Upload dauert natürlich wieder einige Zeit. Sie sehen übrigens noch einen weiteren Style in diesem Verzeichnis, SubSilver2. Dieser wurde bereits mit Ihrem Board mitgeliefert, jedoch nicht installiert. Wechseln Sie nun zu Ihrem Board. Im Register Styles finden Sie nun alle Styles aufgeführt, sowohl installierte als auch noch nicht installierte. Zweitere verwandeln Sie durch einen Klick auf Installieren in ersterem. Damit Sie und Ihre Nutzer den Style verwenden können, muss er aktiv sein. Zudem können Sie den Style als Standard festlegen. Wiederholen Sie dies bei allen Styles. In den Board-Einstellungen können Sie nun den neuen Style festlegen. Überschreiben Sie auch Nutzer Styles, damit alle das gleiche Board vor sich haben. Schon hat Ihr Board den neuen Style. Allerdings ist eingetreten, wovor wir Sie gewarnt hatten. Der Forentitel ist verschwunden. Sie haben zwei Möglichkeiten, dies zu beheben. Zunächst mal können Sie natürlich die vorhandene Bilddatei mit einer neuen überschreiben, in welcher Ihr Forentitel steht. Es geht aber auch geschickter. Öffnen Sie das Register Styles und wählen Sie links Grafiksammlungen. Nun wählen Sie bei dem Style mit dem falschen Forentitel Ändern. Sie können nun die zu bearbeitende Grafik auswählen, doch in diesem Fall ist dies nicht nötig, da bereits das zentrale Logo ausgewählt ist. Sie sehen die aktuell verwendete Grafik und die von Ihnen ausgewählte Grafik. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein neues Bild für diese Grafik auszuwählen. Dazu muss sie nur im richtigen Verzeichnis liegen, welches Sie eingeblendet sehen. Es gilt zudem noch, einen kleinen Fehler auszubügeln. Da Sie einen englischen Style verwenden, gibt es kein deutsches Paket für die Icons. Wie erwähnt, müssten Sie diese mit einem Bildbearbeitungsprogramm selber erstellen, Sie müssen aber auch noch weitere Anpassungen vornehmen. Benennen Sie zunächst auf Ihrer Festplatte im Ordner Image Set den Ordner en auf de um und laden Sie diesen hoch. Wiederholen Sie den Vorgang mit der Umbenennung auf de xsie. Beschäftigen wir uns nun mit den sogenannten Mods. Sie haben ja bereits die Einstellungen in Ihrem Board geändert und Ihren Bedürfnissen angepasst. Allerdings sind die Einstellungsmöglichkeiten begrenzt. Für noch mehr Freiheiten benötigen Sie Modifikationen, kurz Mods. Achtung! Mods sind kompliziert und können bei falscher Einbindung zu Fehlern führen, zudem sind nicht alle Mods zueinander und zu allen Styles kompatibel. Es könnte also durchaus zu einer kniffligen Angelegenheit werden, mehrere Modifikationen an Ihrem Board vorzunehmen. Denken Sie daher daran, dass Sie auf phpbb.de eine hilfsbereite Community finden, die Ihnen bei Problemen gerne helfen wird. Auf dieser Seite finden Sie auch die Mods, indem Sie auf Anpassen klicken und dort die Mod-Datenbank öffnen. Ihre Maus ist daraufhin passend platziert für einen Klick auf phpbb3-Mods. Suchen Sie sich nun ein Mod, welches Sie gerne verwenden würden. Zur Demonstration werden wir das Board nun leicht verändern, und zwar mit dem Mod Beiträge pro Tag. Sie sehen den Schwierigkeitsgrad der Installation eingeblendet, ebenso wie die ungefähre Installationszeit. Zum Glück nur 5 Minuten, sonst wäre in diesem Video nicht genug Zeit vorhanden. Wählen Sie Mod Herunterladen und platzieren Sie ihn am besten bei den anderen Downloads. Extrahieren Sie das SIP-Fall wie gehabt. Öffnen Sie Install mit einem Browser. Sie finden in der Datei Install.xml immer alle möglichen Installationsanleitungen. Ganz oben finden Sie einige Angaben zum Mod und Autor. Außerdem sehen Sie eine Auflistung aller Dateien, welche Sie editieren müssen. Sie können diese zu diesem Zweck herunterladen, was bei langen Bearbeitungszeiten zu raten ist, oder bei derart kleinen Mods direkt die Daten auf Ihren Webspace bearbeiten. Achtung! Sie sehen hier, dass eine Datei im Sprachverzeichnis Language und eine Datei bei den Styles umgeschrieben wird. Damit auch Ihre Sprache bzw. Ihr Style von dem Mod betroffen sind, müssen Sie auch die jeweiligen Dateien in deren Verzeichnis abändern. Dies wiederum kann zu Problemen führen, wenn der Code leicht abgeändert ist und Sie die richtige Stelle zum Einfügen nicht finden können. Ein gewisses Grundverständnis für die Funktionsweise eines Codes sollte daher vorhanden sein. Weiter unten finden Sie schließlich die Codestellen, welche Sie einfügen müssen. Öffnen Sie zum Beispiel die angegebene Datei Index.php. Suchen Sie die entsprechende Datei und machen Sie einen Rechtsklick darauf. Dann können Sie ansehen, bearbeiten, auswählen. Der Standardeditor ist zumeist empfehlenswert, Sie können der Bedarf aber auch ein anderes Programm auswählen. Sie sehen nun einen Teil des Forumscodes. Starten Sie die interne Suchfunktion mit STRG plus F. In der Installdatei steht, welchen Code Sie suchen sollen. Kopieren Sie diesen Codeteil in das Suchfeld und starten Sie die Suche. Sofort wird das passende Codestück markiert. Nun müssen Sie zurück zur Datei Install wechseln. Klicken Sie auf Select All bei dem Codeteil, welchen Sie vor der zuvor gefundenen Stelle einfügen müssen, damit er komplett markiert wird. Mit STRG plus C kopieren Sie das Codestück in die Zwischenablage. Wechseln Sie wieder zurück in den Editor. Ihnen fällt bestimmt schon auf, dass Sie nun ziemlich oft zwischen den Fenstern wechseln müssen. Haben Sie mehr Platz zur Verfügung, empfehlen wir Ihnen, die Anleitung und den Editor nebeneinander zu platzieren, vor allem unter Windows 7 mit Aerosnap kein Problem. Setzen Sie den Mauszeiger vor, die markierte Stelle. Dabei ist es unerheblich, ob Sie in der gleichen Zeile oder eine darüber arbeitende Absätze und Leerstellen nicht code-relevant sind. STRG plus V fügt die Codeteile aus der Anleitung ein. Führen Sie auf diese Weise alle genannten Änderungen der Dateien durch und speichern Sie diese ab. Felsiller fordert übrigens bei jeder Änderung an den Dateien eine Bestätigung ein. Natürlich antworten Sie mit Ja. Sie sind nun für den Forenbetrieb gewappnet. Als nächstes benötigen Sie Mitglieder, welche Sie unter anderem durch Werbung erhalten. Informieren Sie Bekannte und Verwandte über Ihr Board. Sind Sie in anderen Foren angemeldet? Dann nutzen Sie dort Ihre Signatur zur Werbung. Suchen Sie nach Foren und Seiten ähnlicher Thematik von anderen Privatbetreibern und schlagen Sie Partnerschaften vor. Tragen Sie Ihr Forum in Forenlisten ein. Hinterlassen Sie einen Kommentar bei diesem Video als Hinweis auf Ihr Forum. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem Board. Und denken Sie immer daran, die Community auf prpbb.de kann Ihnen bei Fragen behilflich sein.